Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusia MOBA. Ich bin der Louis und ich freue mich, dass er mich wieder beim Bau meiner kleinen Schreibtischanlage in Spur N begleitet. In diesem Video geht es mal um das Rollmaterial, genauer gesagt um das Thema Wartung oder Service. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, jetzt geht es auch los hier mit der neuen Playlist. Neue Playlist ist gut, die hat ja im Februar angefangen, da hatte ich ja schon ein bisschen was über lineares Motorverhalten drin und auch über die die reale Geschwindigkeit und diese beiden Videos gehören für mich auch zu dem Thema Rollmaterial und darum gibt halt die Rubrik im Ausbesserungswerk, weil in dieser Rubrik oder in dieser Playlist bewegt sich alles halt um Rollmaterial, speziell jetzt darum und das Thema wie Wartung, Instanzsetzung, Digitalisierung, Umbauten, wie auch immer. Apropos, ich habe ganz am Anfang habe ich jetzt von dem Film gesagt, Service oder Wartung, wie unterscheide ich das eigentlich? Naja, es klingt eigentlich immer so vom Ausgangszustand her. Also wenn ich jetzt eine Lok habe, die kaputt ist, dann muss ich die halt erstmal reparieren bzw. Instanzsetzen. Wenn ich die Lok einfach nur pflegen möchte, dann ist das vielleicht eine Wartung oder eine Reinigung. Aber es kann ja auch die Kombination von beidem sein. Wie nenne ich das dann? Und deshalb habe ich mir dann überlegt, naja, wird es die Leute nicht einfach so verwirren. Machst es ganz einfach. Machst du einfach nur drei Rubriken. Es gibt die Rubrik Service. Service ist alles das enthalten. Da gehört die Instanzsetzung mit rein, die Reparatur, die Wartung, die Reinigung. Also einfach nur, um eben das kleine Maschinchen oder das Rollmaterial zu beservicen, also in Gang zu setzen. Was auch immer dazu gehört. Und dann gibt es eine zweite Rubrik. Das nennt sich halt, weil das thematisch auch für sich einfach nochmal schön abgekapselt ist. Das ist das Thema Digitalisierung. Und der dritte Punkt sind Umbauten. Was sind für mich Umbauten? Umbauten sind halt, naja, ich will nicht sagen zweckentfremdet, aber zumindest ergänzt. Das kann sein, dass ich eine Lok nachträglich mit Beleuchtung ausstatte oder einen Waggon nachträglich mit Beleuchtung ausstatte oder aber auch zum Beispiel ein Fahrzeug zweckentfremde und für etwas anderes umbaue. Das ist alles unter der Rubrik zukünftig Umbauten zu sehen. So, jetzt habe ich mal einen kurzen Ausflug gemacht über das, was es hier in dieser Playlist geben wird. Starten wir heute mal mit einem Service und zwar den Service für eine BR 261, einer kleinen Diesellok. Ja, jetzt habe ich aber viel zu viel schon gequatscht. Wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Video sehen wir uns halt wieder. Also, viel Spaß. Heute geht es mal um eine Wartung von einer BR 261, einer Minitrix mit Artikelnummer 12064 und ja, gebraucht geschossen und jetzt stellen wir sie als erstes mal aufs Gleis, um uns mal einen Eindruck von der Lok zu machen. Das ist eine analoge Lok und von daher wollen wir jetzt mal schauen, ob und wie sie funktioniert. Okay, frisch aufs Gleis gesetzt, mal Spannung auf die Schienen, mal gucken, was passiert. Ein kurzes Rucken und sonst nichts. Mal in die andere Richtung. Ein kurzer Ansatz und der Motor summt. Das heißt, die Maschine ist blockiert. Da müssen wir mal schauen, woran es liegt. Dann geht es jetzt ans fröhliche Auseinandernehmen und da ich die Lok mir bisher noch nicht genauer angeschaut habe, noch nie auseinandergenommen habe, besorge ich mir jetzt als erstes mal den Waschzettel. Ich selber halte es immer so für das, was ich nicht kenne. Doch erstmal schauen. So eine Anleitung hilft da immer ganz gut. Okay, an der Stelle habe ich jetzt Glück gehabt. Die Lok fährt zwar nicht, aber in der OVP unten drunter war eben der Waschzettel. Den brauchte ich mir dann jetzt nicht aus dem Internet ziehen, aber in der Regel findet man auch diese ganzen Beschreibung noch im Internet. Gut, die studiere ich jetzt ein Stückchen. Schau mal, wie die Maschine aufgeht und dann werden wir sie Stück für Stück auseinandernehmen, reinigen und nachher wieder zusammensetzen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass die Maschine dann auch wieder funktioniert. Okay, dann starten wir mal. Bevor es jetzt ans Auseinandernehmen geht, schaue ich mir die Lok noch mal ein Stück weit genauer an. Also quasi so eine kleine Sichtprüfung, ob irgendwas abgebrochen ist oder irgendwas auffällt, warum hier keine Drehung stattfindet. Das finde ich ja schon mal, wenn man genau hinschaut hier. Die Treibachse ist doch ein wenig verzogen. Die ist allerdings aus Kunststoff. Das heißt, die müssen wir dann irgendwie noch mal gerade richten, indem wir sie aufwärmen, vielleicht mit einem Föhn und dann mal glatt spannen. Das kann natürlich auch jetzt schon hinderlich sein, warum hier etwas nicht dreht. Aber was ist das? Irgendeiner hat die mal auseinandergefriemelt und das ist auch der Grund, warum die jetzt nicht mehr läuft. Der Kontakt ist dahinter. Hier, der ist auch raus. Da bin ich mal gespannt, was mich da jetzt so erwartet. Zu öffnen geht die Lok, indem man hier an diesen vier Nasen hier auseinanderzieht. Da sind Klipse, da ist das Gehäuse eingerastet. Dann kann ich das Gehäuse nach oben wegnehmen. Gut, dann machen wir das mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt als erstes noch vorne diesen Schutzaufbau mit den Puffern abgenommen, den zwei. Da ich die Lok nachher komplett reinige, nehme ich sie jetzt erstmal gänzlich auseinander. Jetzt kann ich auch den Gehäusedeckel nach oben wegziehen. Jetzt kann man auch sehen, was hier ist. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das jetzt nicht hier vorne aufliegen sollte, sondern hinter den Rädern aufliegen sollte. Also hier hat jemand schon dran gebastelt. Solche Loks findet man halt öfters auf dem Gebrauchtmarkt, wenn man dann sagt, naja gut, ist halt so, der Motor dreht. Der dreht allerdings sehr schwer. Das liegt am Getriebe da dran und da müssen wir mal gucken. Also jetzt gehen wir nach und nach hin und bauen den Hinhalt auseinander. Auch das Gehäuseoberteil kann man noch weiter auseinandernehmen zum Reinigen. Diesen kompletten Kranz hier, den kann man abnehmen. Der ist hier innen drin geklipst. Auch da vorsichtig. Und das mache ich dann an allen vier Stellen und dann kann ich ihn auch abnehmen. Die Griffe, die sind übrigens hier auch eingesteckt. Die könnte man auch noch abnehmen, aber die lasse ich jetzt nur dran. Das Dach kann man abnehmen. Und auch nicht uninteressant, um zu wissen, wie man vielleicht den Innenteil hier rausnehmen kann. Möglicherweise ist das ein guter Platz für später einen Dekoder zu platzieren. Aber das ist Bestandteil dann von einem anderen Film. Als nächstes reinige ich erstmal die Gehäuseteile. Dazu nehme ich hier ganz normales, warmes Leitungswasser. Das sähe mit so ein bisschen Spülmittel. Das verrühre ich jetzt nochmal, weil das sammelt sich in der Regel ganz gerne unten auf dem Boden. Und da brauche ich es halt nicht. Sondern es soll halt hier eine Lösung geben. Die Teile, die weiche ich jetzt erstmal schön der Reihe nach im Wasser ein. Wenn mich jetzt einer fragen würde, ob ich diese Teile im Ultraschallbad reinigen würde, dann würde ich sagen, ja, es kommt drauf an, welches Teil. Wo ich halt ein bisschen vorsichtig bin, sind die Gehäuseteile mit diesen Decoys, also mit diesen feinen Schriftzeichen. Zwar sind diese Schriftzeichen, das sind diese feinen Dinge, die man halt mit dem Wasserbad aufträgt. Aber die Modelle sind ja mit einem dünnen, sind ja nochmal dünn versehen oder versiegelt mit einem Lack. Von daher lösen die sich jetzt nicht auf. In einem Ultraschallbad mit SR24 wird sich aber aller Wahrscheinlichkeit auch das Gehäuse verfärben. Ich habe da ein Beispiel. Kleinen Moment kann ich euch zeigen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe ja hier diesen Film gemacht über die Kameras. Und das habe ich hier mit diesem Waggon gemacht. Und dieser Waggon, dieser Rungenwagen, den hatte ich vorher in ein SR24 Ultraschallbad gelegt. Da hat sich halt die Farbe erstmal gelöst. Zudem ist auch dieses dunkle Grau, dieses Fahrzeug, das ist normalerweise schwarz. Das heißt also auch der Kunststoff hat sich verfärbt in diesem SR24 Ultraschallbad. Da war ich jetzt ein bisschen baff drüber. Aber das ist der Grund, warum ich die Gehäuse teile nicht in einem Ultraschallbad und auch nicht mit SR24 reinige. So, das Reinigen selber mache ich wie gesagt mit dem Pinsel. Dieser Pinsel ist halt ein Aquarellpinsel, ich glaube das habe ich schon gesagt. Finde ich ganz praktisch, den habe ich in zwei verschiedenen Größen. Einmal hier in knapp so einen Zentimeter Breite und einmal hier nochmal in halben Zentimeter Breite. Die Schräge ist ganz nett, weil dann kommt man nachher beim Reinigen besser hier dann auch in die Ecken rein. Und wenn ich dann mit diesem Gehäuse fertig bin, dann setze ich es einfach auf ein Papiertuch ab und lasse es Luft trocknen. Und so verfahre ich halt mit allen Teilen. Gut, dann mache ich das und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Als erstes möchte ich gleich erstmal die Räder hier ausbauen. Dazu muss man diese beiden Schrauben lösen. Doch bevor ich das mache, warum will ich die Räder ausbauen? Weil die Räder oder die Kontakte gehören eigentlich dahinter. Ich möchte jetzt erst die Räder ausbauen, baue aber zunächst die Treibstangen aus. Und dann gehe ich hier an die Kontakte und zum Schluss erst den Motor. Nachher baut man das wieder ein bisschen anders zusammen. Aber ich will auch hier diese Kupferschiene jetzt nicht verbiegen unnötig. Deshalb, da ich die ja komplett auch reinigen will, brauche ich jetzt erstmal die Treibstangen aus. Die Treibstangen baut man in dem Sinne aus. Das hier sind Bolzen, die sind einfach nur gesteckt und die kann man einfach nur rausziehen. Ja, da kommen sie schon. Ich bin vorsichtig, damit nichts abbricht. So, hier kann man es ganz gut erkennen, die Bolzen sind jetzt draußen. Das sind also wirklich auch nur so Steckbolzen gewesen. Ein kleiner Tipp. Die längeren Bolzen, wie sie hier deutlich zu sehen sind, das sind die Bolzen, die in den Rädern reinkommen. Und der kleine hier, das ist der, der hier an dieses Schwungrad drankommt. Also die Treibstangen, die sind jetzt nicht aus Metall, sondern die sind aus Kunststoff. Und hier hat man sich jetzt auch versucht. Die ist hier schon gebrochen. Ich denke mal, wenn man die jetzt gleich noch ein bisschen richtet, dann wird es noch gehen. Aber daran kann man sehen, die ist noch verzogen und schief. Mal gucken, wie wir sie wieder hinkriegen. So, die Schwungräder selber hier, die sind nur, das ist nur eine Führung, die sind nur gesteckt. Kann man dann auch rausnehmen. Auf der anderen Seite genauso. Kann man auch sehen, die sind baugleich. Da kann man auch später nichts, kann man sich nicht vertun. Wenn man die wieder reinbaut, eine nach rechts, eine nach links und gut ist. So, um die Räder nachher auszubauen, muss man die Bodenplatte abnehmen. Da sind halt zwei Schrauben von unten zu lösen. So, dazu löse ich dann jetzt eben halt diese beiden Schrauben. Und dann kann ich die Bodenplatte abnehmen. Das kommt mir schon entgegen. Hier sind jetzt Kupplungen und Federn drin. Die eine springt schon raus. Also nehmen wir die Federn vorsichtshalber selber mal raus, bevor sie jetzt hier sich von dannen machen. Und die beiden Kupplungen. Hier kommen jetzt die Achsen, die kann ich jetzt rausnehmen. Die sind deckungsgleich. Und hier kann man ganz gut sehen, was der Vorbesitzer gemacht hat. Sind schon schwer verzogen hier die Kontakte. Vor allem die hier, die werden wir jetzt noch ein bisschen richten müssen zum Schluss. Gut, die gehen dann auch nachher mal komplett ins Bad. Und dann schauen wir nach mal, was zum Schluss bei rumkommt. So, im nächsten Schritt löse ich hier diese Schraube. Mit dieser Schraube wird die Platine gehalten. Und an dieser Platine ist auf der einen Seite der Kontakt zu den Rädern, also die Stromabnahme. Hier wird der Strom abgenommen, wird über die Platine geführt. Die Platine selber beinhaltet quasi die Funkentstörung. Also hier ist der Kondensator dahinter und die Spule dahinter. Und das ist meistens auch das Teil, was man, wenn man digitalisiert ausbaut. Das heißt, ich löse jetzt erstmal hier die Schraube. Auf der einen Seite geht die Platine, wie gesagt, hier an die Kontakte. Und auf der anderen Seite an einen Motorpol. Warum habe ich das jetzt gemacht? Als nächstes will ich den Motor ausbauen. Dafür muss ich aber diese beiden Klammern lösen. Hätte ich die Klammern jetzt gelöst und den Motor jetzt rausgeholt, dann wäre er aufgrund, sag ich mal, weil er hier ja festgelötet, würde er jetzt hier rum baumeln. Also mache ich es umgekehrt. Ich löse jetzt erstmal die Kontakte und mache dann den Motor los. Auch das hier hebele ich hier unten raus. So, jetzt ist das lose. Hier hinter verwirkt sich also jetzt der Kondensator und die Spule. Und jetzt wird gebildet hier. Ich mache mal gerade die Tür zu. Dann machen wir die andere Seite auch noch los mit dem Kontakt. Wenn wir das auch erstmal runter. So, und jetzt können wir die Klammern vom Motor lösen. Das sind die beiden Klammern. Einmal hier, das Ding hier und einmal das. Einmal hier auflösen, einmal da oder klipsen. Dann kann ich die nämlich hier nach vorne rausholen. So sehen die aus. So, und jetzt kann ich den Motor nach hier hin, zu mir hin rausnehmen. Der ist auch schon lose. Da kommt er. Wenn ich jetzt erstmal interessiert ist, ob der Motor überhaupt funktioniert. Heißt, ich lege jetzt einfach mal Spannung an. Einmal hier und einmal hier. Und dann sollte er eigentlich sich bewegen. Ja, ne. Haben wir doch schon. Haben wir doch eigentlich schon gewonnen. Gut, da war der Rest nur ein mechanisches Problem. Und dann machen wir weiter mit der Wartung. So, als nächstes hole ich dann jetzt hier, wie nennt man die Dinger eigentlich? Das sind Kontaktscheiben. Hinter den Kontaktscheiben nenne ich sie jetzt mal. Die macht man vorsichtig ab. Die gehen auch ganz leicht. Aber Vorsicht, dahinter verbirgen sich Federn. Vorsichtig lösen. Auch hier ist es nachher egal, ob ich diesen Kontakt auf der Seite oder auf der Seite habe. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, vorsichtig lösen. Dann kann man mit dem Nagel kurz drunter gehen. Vorsichtig abheben, damit die Feder einem nicht entgegenspringt. Langsam Spannung abheben und dann liegt die Feder dort. Dann kann ich die rausnehmen. Auch da ist nachher egal, ob ich die Feder nach rechts oder nach links packe. Hier ist wieder der Kohlehalter, nenne ich ihn jetzt mal. Und da ist die Kohle dran. Da ist er. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Den Motor reinige ich mit so einem Glasfaserstift durch das Fenster durch. Und setze den auf den Kollektor auf. Und dann drehe ich halt mit der Hand mal. Hier kann man schon sehen, dass er schon blank wird. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass der Motor mit der Glasfaserbürste recht sauber geworden ist. Jetzt geht es hier ran, die Spalten dann noch so ein bisschen von der Kohle zu befreien. Und das machen wir jetzt noch sauber. Zwei, dreimal drüber. Und dann ist gut. Es glänzt schon wieder. Jetzt ist der Kollektor wieder sauber. Pusten wir das gerade nochmal frei. Kleiner Tipp, wenn man mit Pressluft arbeitet. Immer schön von den Teilen, die man ausgebaut hat, weghalten. Weil wenn die Pressluft sich da verfängt, die Lok kriegst du nicht mehr zusammen. Dann nur noch das Ritzel sauber machen. Ich würde sagen, die Schnecke ist jetzt auch wieder sauber. Dann werden wir als nächstes die Kohlen ausbrennen. Das mache ich mit einem Lötkolben. Dann lege ich mir ein Brettchen drunter. Dann ein Zebra. Wieso brenne ich eigentlich die Kohlen aus? Na ja, die saugen sich halt voll mit der Zeit mit Öl. Und dann leiten sie halt nicht mehr so gut. Und dann müssen wir die Ölreste rausbrennen. Hier kann man auch ganz gut sehen. Ich hole das mal ein bisschen näher ran. Da hat die Kohle schon die Form an der Stelle hier vom Kollektor angenommen. Und so muss ich sie nachher auch wieder einbauen. Wie mache ich das jetzt? Der Lötkolben ist heiß. Und dann gehe ich da jetzt drauf. Ich lege sie dann auf die Seite. Und ihr seht, es qualmt und es zischt auch schon. Und das Öl treibt dann raus. Zieht dann hier ins Zebra rein. Machen wir es nochmal. Wenn es aufgehört hat zu qualmen, dann ist es weitestgehend verbrannt. Ihr seht dann anschließend auch, die Kohle glänzt dann auch wieder. Die ausgebrannten Kohlen bitte nicht mehr mit den Fingern anpacken nach Möglichkeit. Weil unsere Finger sind auch fettig. Wir haben gerade Fett rausgebrannt oder Öl rausgebrannt. Und damit würden wir die dann wieder beschmutzen. Also schön mit den Pizetten arbeiten. So, jetzt müssen wir noch die Kontakte reinigen. Und zwar sind das die Kontaktfedern, die hier an den Rädern anliegen. Und zwar von hinten so hier dran. So schleifen die mit. Das heißt, ich reinige jetzt erstmal hier diese Kontaktfedern. Und ich reinige auch den Innenteil von diesen, ja, von den Radsätzen. Und das mache ich ganz einfach per Hand mit so einem Glasfaserstift. Bei den Radsätzen gehe ich sowohl innen dran einmal ganz rum. Die Zeit nehme ich mir. Das mache ich nicht immer bei jeder Reinigung. Sondern das mache ich halt bei, ich nenne es jetzt mal bei einer großen Inspektion. So, und vor allem wenn ich eine Lok wie jetzt die hier gebraucht gekauft habe. Dann gibt es halt mal so eine Grundreinigung vom Chassis auf. So wie ich es jetzt hier mache, mache ich nicht bei jeder Wartung. So, damit wird dann die Fläche wieder komplett blank. Und das mache ich jetzt nicht nur hier. Sondern ich gehe auch hier an den Radgrenzen bzw. an den Radsätzen komplett einmal rund. Und das mache ich dann halt mit allen verfügbaren Radsätzen, die die Lok jetzt hat. Und dann sieht es nachher wieder fast aus wie neu. Und bei dem Kupfer hier sieht man es auch. Das kann man hier wunderbar sehen. Das ist halt angelaufen. Und wenn ich jetzt hier mit dem Glasfaserteil drüber gehe und es poliere, das wird schon wieder sauber. So, und je fester das werden soll, desto weniger dreht man raus. Und schon ist es blank. Das ist übrigens auch ein tolles Hilfswerkzeug, wenn man jetzt Lötstellen verzinnen möchte. Wenn man zum Beispiel digitalisieren möchte und möchte hier an frischen Lötstellen anbringen, Kufferdrähte anbringen. Dann macht das Sinn, dass man die vorher schon mal reinigt. Dann sind die wieder blank und schon immer die Kontaktprobleme beseitigt. So, als nächstes nehme ich jetzt noch das Getriebe auseinander. Das Getriebe ist jetzt hier, hier unten sind Zahnräder. Wenn man genau reinschaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dahinter, jetzt vielleicht vom Licht her, da unten liegen auch nochmal Räder. Die sind alle natürlich jetzt hier miteinander gekoppelt. Und um diese Räder hier unten auszubauen, muss ich diese Backen hier, die sind aus Kunststoff. Die muss ich lösen, damit ich hier hinter, kann man sagen, hier diese Achsen, das sind die unteren beiden Räder. Dann kann ich die rausdrücken und dahinter verbirgen sich auch nochmal für die tiefer liegenden Räder. Aber da ganz deutlich, nur für diejenigen, die sich zutrauen und dann anschließend auch wieder zusammengebaut kriegen. Und ansonsten, um das zu reinigen, wenn die Maschine denn funktionieren würde, dann kann man die ja komplett mit SR24 in so ein Bad reinsetzen und dort dann auch hin und her fahren lassen. Dann reinigt sich das Ganze auch nochmal. Ich mache jetzt hier eine Generalüberholung und von daher baue ich mir die Zahnräder jetzt auch aus. und dann schauen wir noch mal an, dass ich das mit dem Kalko-Kalko tinha kanske gut verliehen könnte. ja ganz am anfang haben wir ja hier die treibstangen gesehen dass die doch ein bisschen verzogen sind die kann man vielleicht der ein oder andere würde sie jetzt mit der hand biegen da das kunststoff ist und ich bin da ein wenig ungeschickt habe ich mich für eine andere lösung entschieden zunächst bin ich die jetzt erstmal hier an dem holzstück erstmal an klärt sich gleich warum die soll nämlich ganz einfach nicht weg fliegen weil ich werde jetzt mit einem schlichtweg mit einem fön erwärmen jetzt nicht so dass sie weg schmelzen aber so dass sie halt dass sich das material ein wenig entspannt dann gehe ich hin nimmt die pinne wieder raus wegen kontrast stück oben drauf und fixiere das ganze dann mit so einer spannzange dass das dann wieder in dem holz oder quasi in der form abkühlen und danach sind in der regel auch nahezu wieder gerade und dann können sie auch wieder verbaut werden gut dann heizt sich die jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns danach wieder gut nach der zeit dann halt noch der abkühlung wie das spannding weg und jetzt wackelt hier nichts mehr diesen gerade was wunderbar im nächsten schritt kriegen alle beweglichen teile also mechanischen teile ein ultraschallbad im sr24 etwa für sechs minuten so nach dem reinigen der mechanischen teile hole ich die jetzt raus und das hier an der luft trockener nach dem reinigen geht es wieder ans zusammensetzen anfangen werde ich hier mit dem getrieben hier habe ich die zahnräder ausgebaut ich nutze dazu gerne hier so ein uhrmacher schraubendreher und zwar einen der genau hier dort rein passt und warum mache ich das ganz einfach ich zentriere das zahnrad halt damit macht mir das leben damit einfach bringe es jetzt erstmal in position wenn mir das dann gelungen ist dann nehme ich mir hier ein zahnstocher und bewege das zahnrad und wird es dann oben auf dem anderen zahnrad sich auch noch mit bewegt dann ist alles richtig muss ganz einfach und ganz leicht gehen so die achse setze ich ein indem ich mit der achse den schraubenzieher raus drücke aber ich werde jetzt die kamera auf seite legen weil ich kann nicht alles auf einmal weil das ist wenn mir das aus der aus der hand springt beziehungsweise weg springt dann habe ich hier erstmal viel spaß beim suchen also wir sehen uns wieder wenn ich die zahnräder eingesetzt hat die zahnräder habe ich eingesetzt war ein bisschen frickelig jetzt geht es dann gleich um einsetzen der achsen hier da gibt es auch wieder noch ein bisschen was dabei zu beachten was ich jetzt noch machen werde ist einen kleinen tropfen von diesem teflonöl hier auf die zahnräder zu geben das verteilt sich nachher im laufenden betrieb selber und aber wirklich nur einen minimalen tropfen nicht ein öl so nach dem einsetzen von den zahnrädern kommen jetzt hier an den seiten wieder die kunststoff abdeckung dran das sind die abdeckungen deren nasen hier vorne gleich wieder die kupferschienen zur stromabnahme dran kommen die werden einfach eingeklipst einmal hier vorne und einmal hinten an die andere seite noch das war's wenn wir jetzt erst ist die kupferschienen wieder einsetzen eine kontakt der sitzt hier auf den nasen auf wichtig ist auch immer dass man das richtige werkzeug hat hier also eine zange hier vorne flach ist den ich dann entsprechend hier auch druck auf üben kann macht die eben nicht zusammen sondern dass die offen so dass ich von beiden seiten direkt aufpressen kann und dann ist es halt gut gut und das mache ich dann halt jetzt auch von beiden seiten auf der anderen seite kommt halt der andere kontakt dran so nachdem die stromführenden teile jetzt wieder drauf gesetzt sind hier muss man sich übrigens mal überlegen ob man die überhaupt abbauen muss denn wenn man mal hier auf die explosions zeichnung schaut dann sind die kupferteile auf diesen kunststoffteilen schon mit den nasen von werkseite drauf gepresst und es gibt auch nur eine bestellnummer dazu also besser nicht abbauen dann setzen wir jetzt den motor als erstes mal wieder zusammen so dem motor zusammenbauen geht in umgekehrte reihenfolge erstes nehmen wir dann jetzt hier wieder diesen kohle halter den setzen wir hier ein dann nehmen wir eine kohle oder die kohle wieder und setzen sie auch so wieder ein dass sie auf den kollektor wieder passt also so wie es schon vorgeschliffen ist da ist sie abgeschliffen das kann man so ein bisschen erkennen so setzen wir sie auch wieder ein da ist sie drin dann kommt oben eine feder wieder drauf und zum guten schluss und der deckel drauf er wird dann eingeklipst das war es dann auch wieder gut dann machen wir die andere seite noch zunächst erstmal hier den bürsten halter und die kohle wieder richtig hier um reinsetzen muss man sich halt noch ein bisschen genauer anschauen feder wieder aufgesetzt war es dann wieder gut dann werde ich jetzt als erstes mal probieren ob der motor dreht das heißt ich lege an den beiden polen jetzt mal spannung an und wenn er dann funktioniert dann setze ich ihn da wieder ein oder gucken wir mal das sieht doch gut aus jetzt setze ich den motor hier erst mal provisorisch ein das heißt ich clip sind jetzt erst mal nicht fest es hat einfach den grund es ist ja schon miteinander alles verbunden her so aber jetzt will ich als nächstes erst mal die räder einsetzen und bevor ich nachher den motor mit dem getriebe verbinden möchte ich gesehen ob die räder frei beweglich sind dazu muss ich aber die schnecke hier wieder rausnehmen damit die räder die zahnräder frei laufen können deshalb lege ich dir jetzt einfach nur erst mal hier drin und jetzt geht es ums einsetzen der räder eigentlich kein hexenwerk wenn da nicht die getrieben stange wäre als nächstes setze ich die räder ein das problem ist jetzt eigentlich nur weil es treibstangen gibt deshalb setze ich jetzt alle räder so ein dass hier die achse plus die befestigung der treibstange nachher ich sag mal als beispiel nämlich das rad jetzt einfach mal mit dabei das ist jetzt falsch eingesetzt aber dass das nachher eine eine linie gibt ich mache das jetzt allerdings auch ohne kamera weil ich muss diese kontakte hinter die räder bekommen nicht so davor sondern dahinter da kann ich nicht gleichzeitig jetzt wieder mit den mit den filmen machen ich zeige euch nachher das ergebnis wenn es fertig ist melde ich mich wieder die räder sind eingesetzt allerdings lose drin noch ist hier die abdeckung nicht drauf denn zunächst möchte ich jetzt mal maß nehmen das halbwegs passt aber so wie ich das sehe klappt das hervorragend wunderbar jetzt muss ich hier halt die schwungsscheiben noch einsetzen da muss die kupplungen noch einsetzen und dann kann ich hier den deckel schließen drauf machen zuschrauben ja das mache ich jetzt als nächstes und dann melde ich mich wieder so war ein wenig frickelig da drin weil die federn hier für die kupplung lose eingelegt werden mussten die rätschen konnten einem entgegen springen jetzt nehme ich den motor mal raus sollten die räder jetzt freien lauf haben dass sie auch haben und jetzt schauen mal ob das mit der schwungsscheibe jetzt gleich und auch mit der treibachse passt ja das scheint doch zu gehen wir noch die schwungsscheibe rein so dann nehme ich den motor jetzt noch mal raus deshalb habe ich ihn auch nicht festgemacht und jetzt gucken wir mal das läuft doch wunderbar die kontakte sind dahinter das war ja der fehler ganz am anfang treibstangen sind gerade laufen sauber jetzt an bestimmten stellen noch ein tröpfchen öl bestimmten stellen sind klar hier an den lagern also an den achslagern dazwischen ein tropfen reicht da vollkommen aus die zahnräder und beim motor hier vorne am lager und hier hinten am lager da jeweils ein tropfen öl dann sollte es das gewesen sein dann packe ich den motor gleich hier dann wieder rein und die klammern drauf und dann machen wir dann erstmal so im nackten rohen zustand eine probefahrt gucken ob es geht und wenn es dann geht dann werden wir dann den kleine hier final zusammenbauen da schauen wir mal gucken ob es geht einmal rechts und links und motor dran na wer sagt vielleicht kann man es nur noch ein bisschen sehen wartet mal sieht doch gut aus gut dann bauen wir mal zusammen und dann setzen wir sind auf die schiene da habe ich mir jetzt erst das chassis wieder zusammen kommt das unterteil hier oben drauf ganz einfach geklipst ganz einfach klicken klicken das war es schon um die kuhfänger wieder dran ich hoffe die heißen so und dann packen wir sie doch mal auf die schiene so das sieht doch gut aus jetzt noch ein paar runden einfallen und dann haben wir die kleine wieder zum leben erweckt junge junge war schon wieder ziemlich umfangreich und ja aber wie will man es machen für mich war es auch noch premiere dazu es war das erste mal ist ein film über rollmaterial oder an der stelle service über rollmaterial gemacht habe da stellt man sich immer die frage war zeigt aber zeigt man nicht und da erzeugt aber alles schon beim kasten habe ich gesagt gut dann zeigst du das halt komplett macht es halt wieder eine zeitliche gliederung so dass die zuschauer dann dahin springen können wo sie gerne hin wollen die themen die euch nicht interessieren überspringt er halt man springt er halt an einer anderen stelle empfehlen wieder rein ist ja alles möglich kann man ja machen ich wollte euch zumindest nichts vorenthalten ist eigentlich auch ein stichwort vorenthalten ist was ich mir auch vorgenommen habe ihnen in den filmen immer an informationen rein zu packen ist ich arbeite da mit werkzeugen mit material und wenn das eine oder andere besondere dabei ist dann werde ich das entsprechend unten in der video beschreibung dann verlinken über verwendete produkte oder auch zusätzliche informationen so wie zum beispiel wenn ich jetzt mal einen waschzettel gefunden habe oder die denke ich mal werde ich dann damit verlinken so dass man dann eigentlich immer weil ich meine filme ja thematisch oder modell spezifisch aufbauen dann hat man alles immer irgendwie so ein bisschen komplett zusammen finde ich persönlich ganz gut ja wie geht es jetzt weiter ja da ich die kleine ja jetzt gerade mal hier auf dem tisch gehabt habe und jetzt den ersten film über sie gemacht hat das fand ich so klasse wollte sein er macht direkt einen zweiten film also mache ich einen zweiten film mit ihr und zwar geht es darum das thema digitalisierung so ihr lieben vielen lieben dank dass ihr hier bei dieser rollmaterial premiere mal dabei gewesen sein vielen lieben dank fürs zuschauen dass ihr wieder da wart wenn es euch gefallen hat dann freue ich mich über euren daumen nach oben aber ganz besonders auf euren nächsten besuch und damit ihr die fortsetzung nicht verpasst lasst mir einfach euer abo da das glöckchen einschalten und dann werdet ihr automatisch vom kanal wieder unterrichtet wenn es hier wieder was neues gibt also dann ich wünsche euch eine schöne zeit macht's gut bis zum nächsten mal tschüss euer louis